Bei der koronaren Herzerkrankung sind Arterien, die den Herzmuskel mit Blut versorgen, durch Ablagerungen verengt. Dadurch kommt es in den betroffenen Herzmuskelbereichen zur Minderdurchblutung. Die Folge hiervon sind Schmerzen und eine verminderte Leistungsfähigkeit des Herzens. Zudem besteht die Gefahr eines Herzinfarktes, wenn es zum Verschluss von Engstellen kommt. Ziel der Bypass-Operation ist die Verbesserung oder Normalisierung der Durchblutung des Herzmuskels. Hierfür werden Umgehungsgefäße, sogenannte Bypässe, angelegt, die Blut an den Engstellen oder Verschlüssen vorbeileiten. Als Bypass-Gefäße werden in unserem Herzzentrum nahezu ausschließlich körpereigene Arterien verwendet, weil sie im Vergleich zu Venenbypassen eine sehr viel bessere Langzeitoffenheitsrate aufweisen. In den meisten Fällen ist es möglich, die Bypässe am schlagenden Herzen zu fertigen. Hierfür wird das Herz mit einer speziellen Vorrichtung nur an dem Ort mechanisch stabilisiert, an dem ein Bypass auf ein Koronagefäß genäht wird. Da das Herz während des Eingriffes seine Kreislaufarbeit weiterleistet, ist der Einsatz der Herz-Lungen-Maschine nicht erforderlich. Besonders ältere Patienten mit Begleiterkrankungen profitieren von diesem schonenden Operationsverfahren. In speziellen Situationen kann der Einsatz der Herz-Lungen-Maschine erforderlich sein, die während des Anlegens der Bypässe die Arbeit des Herzens und die Funktion der Lunge übernimmt. Eine Bypass-Operation ist heute in der weitaus größten Zahl aller Fälle ein sehr sicherer Routine-Eingriff. Im Albertinen-Herzzentrum werden in der Regel beide Brustwandarterien, die Lima und die Rima, für die Herstellung arterieller Bypässe genutzt. Diese beiden Adern eignen sich hierfür ganz besonders, da sie in der Nähe des Herzens verlaufen und ganz exzellente Offenheitsraten aufweisen. Zunächst wird die Lima freigelegt. Dann wird die rechte Brustwandarterie entnommen und T-förmig an die linke Brustwandarterie angeschlossen. Danach wird zunächst die linke Brustwandarterie mit den Koronararterien der Herzvorderwand verbunden und dann der Rima-Abschnitt zu den Koronargefäßen auf der Hinterwand geführt und an diese angeschlossen. Nach Blutstillung, sorgfältiger Überprüfung der Funktion aller angelegten Bypässe, Einlegen von Wunddrainagen und vorübergehenden Schrittmacherelektroden, wird der Operationszugang verschlossen. Der Patient wird noch schlafend auf die Intensivstation gebracht, wo er später aus der Narkose erwacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017